Herzlich Willkommen zur nächsten Final Fantasy 13 Lightning Returns Episode hier auf WePlay Games For You. Ich bin Zoevo. Und... ja... Wir hatten zuletzt die Quest abgegeben, wo wir das Lichterfragment bekommen haben. Wir müssen jetzt weiter hier rum suchen um die letzten drei Zahlen zu finden. Was hast du zu erzählen? Ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Was hast du zu erzählen? Okay. Heutige Todesopfer 771. Okay. Ein großer Nummer unserer Residenz haben ihre Leben verloren. Lass uns wieder auf den großen Beneverser geben, damit er sich beruflich zu den verabschiedeten Menschen, die, die alle Hoffnung von den neuen Welt sehen haben. Ah ja, Dude. Also im Handelsviertel soll auf jeden Fall noch eine Zahl sein. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Okay, wir haben auch gar keine Chronostasis mehr. Das heißt, wir müssen uns noch so ein bisschen beeilen oder mal wieder ein paar Gegner verprügeln. Was ist denn das da? Das ist doch ein Nachtpilz, oder nicht? Ein Blitzpilz, okay. Ich muss mal gucken, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ah, jetzt sind wir hier unten. Da gibt's wohl einen... Ah nee, da müssen wir es durchgeben. Das heißt, da gibt's einen Ziffer und da gibt's wohl auch eine Ziffer. Okay. Also wahrscheinlich haben wir jetzt dadurch, dass wir mit denen geredet haben, die Tipps bekommen für die Zahlen. Sodass sie auf der Map angezeigt werden. Schätze ich jetzt einfach mal. Bin ich denn richtig unterwegs? Ich geh gerade weg von der einen Zahl. Holy shit. Was mache ich denn hier? Da? Okay. Was hast du zu erzählen? Ich glaube, die habe ich schon. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass es schwieriger wird, die Zahlen zu finden. Ich kann hier eine große Hilfe hören. Na ja, gut. Wenn Leuchten der 3 steht an der Wand. Wir haben... Wir brauchen... Wir brauchen zwei weitere Nummern, um das Kindergarten-Ritual zu infiltraten. Halbwegs da, Light. Noch zwei. Da unten ist ein Gegner. Das ist wieder so ein Pups-Gegner, ey. Super toll. So einer von dieser Ligi gestöhnt. Sehr gut. Die können ja leider gar nichts. Gucken wir gerade mal... Da soll noch eins sein. Und... Und... Da drinnen ist dann die letzte. Das geht aber erst ab 0 Uhr auf. Also können wir uns dann ein bisschen... Andersweitig beschäftigen. Was hast du zu erzählen? Okay. Wir erzählen ganz schön viel da drüber. Ja, wir wissen ja schon was das ist. Von daher... Uninteressant. Okay. Wenn du es sagst. Ich bin hier gelandet, die Hölle. Die Schraubung ist nur um die Körner. Also die hätte ich denke ich ohne auf der Map das zu sehen nicht gefunden. Könnt ich mir zumindest nur schwierig vorstellen, dass ich die wirklich gefunden hätte. Das sind drei Nummern. Ein weiteres Nummer und wir haben uns selbst einen Code. Lass uns gestiegen. Kannst du nur noch einen Nummer finden bevor die Regionen beginnen. Du musst nur noch. Oh, jetzt fühlen wir uns wieder beobachtet scheinbar. Okay. Ich dachte, ich habe jemanden folgenden dir zuhaut, aber meine sensorie zeigen nichts. Könnte sein unser Freund, der Schadowhunter. Vielleicht wollte er vorüberstehen und sagen 말씀. Okay. So, Boah! Durch einen Job mit dem Sohn. Kennen wir ja auch schon. Blödes Gebrabbel einfach nur. Koch, da können wir doch mal hingehen. Das reicht uns schon. Perfekt. 6000 HP haben wir mit dem blöden Outfit jetzt schon. Das ist eine Herberge scheinbar. Ne, das ist jetzt auch nur was zu essen. So, gucken wir mal auf der Map jetzt nochmal. Findet ihr die Ziffer im Südviertel? Das ist da. Da könnten wir aber erst ab 0 Uhr rein. Also brauchen wir auf jeden Fall keine Chronostasis benutzen, weil es keinen Sinn ergibt sie zu benutzen. Selbst wenn wir jetzt könnten. Gehen wir jetzt in Ruhe erstmal überall einkaufen und so. Da ist ein Gegner irgendwie. Dann machen wir doch mal Blatt. Da ist eine Schokolina. Gucken wir mal, ob die vielleicht andere Quests hat oder ob wir hier Quests abgeben können. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal zu dem Ausstatter. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal zu. Dann gehen wir mal wieder. Und dann gehen wir mal. Weil das Ausweiden haben wir ja nur auf dem Kraftdieb drauf. Damit wir das aber auf einem anderen Kraftdieb auch drauf kriegen, können wir einfach mal hier dieses nocturne Ding annehmen. Ist ja egal, was für eine Waffe und welche Rüstung wir jetzt da nehmen. Würden wir ja dann eh nochmal anders machen. So, Kraftdieb haben wir ja hier auch, aber das ist nur physische Angriffskraft plus 80. Okay, aber da ist kein Ausweiden drauf, das ist ein bisschen schade. Ähm, verwerfen tun wir das mal. Das Ausweiden ist ja das richtig starke. Informant waren wir ja schon mal. Aber ich denke, das Outfit an sich ist trotzdem nicht schlecht. Okay, hier gibt es neue Sachen. Na, nee, wir können Sachen abschließen, okay. Sehr gut. Gibt es wieder ein bisschen was? 10 TP und einen Angriff. Klar, immer weg damit. Was weg ist, ist weg. 10 TP und Magie. Wir haben ja gar nicht so viel von diesem flüssigen Glas, aber was soll's. So. Erinnerungsmünze. Was müssen wir dafür machen? Achso, das war diese Überlandsstraßen-Geschichte. Mokri-Staub haben wir, das kann man abschließen. Sehr schön. Wo haben wir ja ein Mokri-Dorf. 1000, 20, 2 und 1 ist super. Ins Nichts. Achso, dann müssen wir erst ins Lager wieder. Alles klar. Das war jetzt eigentlich auch nix weltbewegendes. Ein bisschen scheiße, dass wir jetzt so viel Zeit übrig haben. Wer hätte das vorher gedacht? Jetzt sagen wir, wir erkunden jetzt einfach noch so ein bisschen die Stadt. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo eine Quest oder so. Haben wir ja eben schon, also in der letzten Episode schon mal, dass wir da auf einmal einfach eine Quest noch gefunden haben. Mal gucken. Da ist der Durchgang gesperrt. Ich denke, dass wir da in dem Boulevard oder so da und dem Glockenturm-Geschichten da stärkere Gegner auch haben. Wenn ich mich richtig erinnere. Dass wir da vielleicht noch mal gegen diese Drachen oder so kämpfen können unter Umständen. Die wir da irgendwie im ersten Tag schon mal besiegt hatten. Da hast du da was zum töten. Zack. Das ist so ein Feuerviech, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das sieht gut aus. Der kann gar nix. Läuft. Ganz bisschen EP kriegen wir auch davon. Ja. Ah, da ist so eine Quest. Okay. But I don't have a guild to my name. I can't get my hands on them. Are you willing to help me? Can you find what I need to save him? Äh, Seelen-Alexia. Auf der Stadt im Portriff, Lightning Blythe. Die Hände ringend nach einem Medikament sucht. Dass sie ihrem Vater das Leben retten könnte. Doch sie braucht die Zutaten für das Heilmittel. Im Gewerbeviertel gibt es nur einen einzigen Laden, der das Mittel herstellen kann. Finde zunächst den Laden, okay? Im Händlerviertel. Handelsviertel. Äh, da ist noch was. Komm ich denn da hoch zu Hause? Ist so okay. Magierse Gnum. Ich will nicht in die Handelsviertel kommen. Waren wir hier nicht jeden? Schauen wir mal, warum sind wir da nicht dran vorbeigekommen? Das Händlerviertel ist doch das da, nehme ich an. Oder? Das könntest du durch... Ah, da ist das Handelsviertel. Das heißt, wir müssen wieder rumdrehen. Ich glaube, da war ein Gegner, oder? Ja. Machen wir den Gegner doch erstmal kaputt, würde ich sagen. Also, wir müssen die irgendwann auch ausrotten, damit hier die Stadt dann friedlich ist. Ich hoffe zumindest, dass das funktioniert. Ich denke aber mal schon. So, dann gehen wir jetzt erstmal ins Handelsviertel und gucken wegen dem komischen Ladengedöns, was da abgeht. So. Okay. Hier rum, denke ich. Warum die manchmal so langsam läuft, werde ich nie verstehen. Das ist die Frage, welches Geschäft meint sie. Danke, dass du kommst. Das wohl nicht. Komm wieder. Guten Tag zu dir. Danke für dein Geschäft. Ich denke, hier geht es weiter mit dem Handelsviertel. Das ist für die Krieg. Nein, brauche ich nicht. Komm wieder, irgendwann. Ich bin überrascht. Was willst du? Schau mal mal, den haben wir ja schon alles. Der ist es wohl dann auch nicht. Welcher blöde Laden soll das denn sein, Mensch? Das ist vielleicht kein offizieller Laden oder so. Da ist eine Quest. Okay. Den wir Dias-Daman annehmen. Geht bestimmt an eben eine Puppe oder so einen Schwachsinn. Ja, super. Okay, Mann. Es muss sein, irgendwo. Wenn du sehr gut suchen hast, kannst du ihn finden. Ich weiß wo es ist. Der Chaos hat es weg von mir. Okay. 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 Being alive for so long has stripped them of many things, including their naivete and hope. Just take the quest, although I didn't say yes or no. Where is this damn store? Okay. I don't think so. I don't think so. I don't think so. I think so. Let's see if there is something for the pump up. I don't think so. No. We already picked the chest. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Okay. Okay. Thank you. Where is this ominous store? No. It doesn't exist. But she said in my business office or not? I'm a little bit irritated. I don't think so. There is nothing. There is nothing. There is nothing too. There is nothing. There is nothing too. Do you think he will grow back? So here is the trade field here. Surely. So here is the trade field. Let's look here again. Sigh. What is this? What is this thing here? Why not splurge? Why not splurge? Hier vielleicht? Sieht nicht so aus. Gucken wir erstmal wegen dem Dings, das wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Hier hinten ist die Code Geschichte. Wenn ich mich nicht irre, aber erstmal mal hier das Tisch kaputt. Dann gehen wir zu dem 12 Uhr Ding. Scheiß auf die Quests. Die können wir immer noch machen, denke ich. Erstmal ist das Wichtigste, dass wir jetzt die Hauptquests hier an dem Tag machen. Mich wundert es trotzdem, dass wir hier den... Wir können doch gerade nicht mal die Quests nachlesen. Das Schokopo Imperium im Gewerbeviertel, oh mein Gott. Genau, eine Wurst, ey. Wo ist denn das Gewerbeviertel? Da ist das Gewerbeviertel. Okay, da kommen wir ja fast gleich hinten. Wurst, wir müssen mal gucken, dass wir nicht zu weit von dem Südviertel weggehen. Da sind auch schon... Ja, mal gucken. Da kriegen wir ja schon hin. So, das Gewerbeviertel muss hier irgendwo sein. Ja, kämpfen, ja? Macht ja nichts. Dann gucken wir danach nochmal auf die Map. So, hier muss es irgendwie sein. Der Schokobo Kack. Das ist ja vielleicht... Nee. Irgendwie vielleicht drin. In die Ecke. Könnte das sein, oder? Nee. Okay. Das ist doch ein bisschen kacke. Dann würde ich sagen, scheißen wir da jetzt drauf. Drehen, roh, 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 roh. Wir gehen da hinten hin zum Südviertel, wenn wir es jetzt nicht gleich gefunden haben. Ganz klare Geschichte von Pech gehabt. Das ist das erste. Wenn wir hinten raus noch Zeit haben, können wir ja das noch mal gucken. Aber erst mal hat sie jetzt ein bisschen Pech. So. Gucken wir mal, wie wir jetzt rum müssen. Wir müssen, glaube ich, hier rum und dann da entlang. Okay. Das öffnet sich dann um 0 Uhr da, das Tor. Da ist ein Gegner, den machen wir natürlich mit. Ich denke, wir hätten sogar noch 10 Minuten länger da im Gewerbeviertel verbringen können. Aber jetzt ist auch schon egal. Was passiert, passiert. So. Hier muss das Tor gleich aufgehen. Gucken wir mal, ob ich wirklich richtig bin. Ich denke aber schon. Wir hätten auch da hinten hingehen können, aber... Ich denke, dass es von hier aus schneller gehen wird. Ich denke, dass es von hier aus schneller gehen wird. Ja. Ich denke, das passt. Dann lassen wir jetzt hier mal ein bisschen die Zeit ablaufen. Aber wenn es ein bisschen gegen meine Würde geht. Irgendwie so ein bisschen gegen meine Intention. Ich möchte ja eigentlich keine Zeit verschwenden hier in dem Spiel. Aber wenn wir es nicht ändern können, können wir es nicht ändern. 15 Minuten noch. Yeah. Wie schnell geht die Zeit eigentlich rum? Alle 5 Sekunden ist 1 Minute, oder wie? Oder wie verhält sich das? 2 Sekunden. 1 Minute. Irgendwie so könnte es hinkommen. 2-3 Sekunden. In Echtzeit ist es eigentlich 1 Minute hier. Im Spiel. Mach auf. Danke. Das wurde aber auch Zeit. Jetzt laufe aber auch meine Beste hier. Das war aber auch meine Beste hier. Oh nein. Oh nein. Ganz vergessen, dass wir rennen können. Irgendwie habe ich das voll... Durch den Schokobo durch die ganze Zeit habe ich das irgendwie vollkommen verdrängt. Weil der ja immer im High Speed unterwegs ist. Da ist ein Kacknook Gegner. Der kann ja irgendwie eh nichts. Ein bisschen kaputt feuern. Was sind hier für Dinger, mit denen kann man auch nicht reden. Ich bin nur ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Dann scheiß drauf. Wir haben nicht nur da der komischen Zahl jetzt irgendwie. Das ist so das Wichtigste. Oh, was bist denn Du für ein Ding? Der sieht so ein bisschen ferdig aus. Mal gucken, ob wir da irgendwelche Infos zu haben. Haben wir? Blitz ist die Schwäche. Okay. Dann machen wir doch Blitz am Griff, würde ich sagen. Ist ja kein Problem für uns. Zack, zack, zack. Ja, komm auch raus, Mann. Wie lange dauert das mit dir hier? So, Blitzen. Und da ist er tot. 0,2, immerhin. So, ich muss gerade mal gucken, ob ich auch richtig unterwegs bin. Sieht gut aus. Es muss der Heretikssanctuary sein. Haben wir wieder so einen Sieg? Hoffentlich werden wir es zu finden. Das wird bald wieder vorbei. Blitzen, blitzen, blitzen. Blitzen, blitzen. Und zu Ende Blitzen. Kein Problem. Richtig, was können tut er ja auch irgendwie nicht. Aber 0,2 ist schon nicht so ohne. Das heißt, wir können eventuell bald so ein Dings anmachen. So, hier ist eine Zahl. Da passiert auch schon irgendwas, wahrscheinlich weil es die letzte ist. Nehme ich jetzt mal an. Vielleicht müssen wir auch kämpfen oder so. Um die letzte Zahl. Ach, da ist Lumina. Was willst du? Ich bin hier, um zu helfen. Warum denkst du? Oh, und um zu viel Spaß an meinem eigenen. Wenn du nach der Frau Kinder gehst, ist es etwas, was du wissen sollst. Du wirst wissen, was das ist, nicht wahr? Es ist ein Oracle Drive. Es schreibt das Zukunft. Die Kinder schütteln es. Ja. Was sie in es sehen, wissen sie, dass es ein Zukunft ist, das passiert. Okay. Mal gucken, was wir sehen. Ah, ja. Ja. Ah, yeah. Okay. Da ist jetzt wohl irgendwie der Inkampf von der Hauptmission oder so wahrscheinlich. Schätze ich jetzt mal. Ah, ja. Okay. 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 Ja, genau. Just like the Oracle says. Okay. So. Okay. 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 Okay.